Dieser Ford Kuga steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen weißen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Tagfahrlicht, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 6,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 21.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. unter bedrohers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.